Musik 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 Herzlich willkommen zur nächsten Runde Nee, ab sofort zählst du an! Vorher kannst du nicht herzlich willkommen machen, zählst an, damit das jeder weiß! TTT, zusammen mit dem Rummeckerer und den vernünftigen Leuten Du wirst, was ich erstaunlich finde Dass du mir die Waffen klaust! Nee, in dieser Runde kommen wir nicht einmal... Fuck Ja, lohnt sich nicht mehr Wir kennen auf dich auch Ja Gibt's ja auch Waffen, ich find nur Munition Ja Kannst du da bitte mal weggehen? Drück mal rechtsklick auf mich Rechtsklick, nicht linksklick Oh Gut, wie ist es? Ich hab noch nicht meine Waffe Oh, da lag eine noch Krieg dir hier eine Daraufst du mir jetzt die nächste Waffe, oder was? Eventuell Hier oben ist ein Shotgun für dich Hier unten Ben Nicht für dich! Oh Du kriegst gar keine Waffe Dann halt nur die Traitor-Waffen Ja, kommst du auch mit klar Oh, hier gibt's noch mehr Waffen Auf mich wird geschossen Nein! Ich bin nicht mehr bei dir, pass auf! Ich bin nicht mehr bei dir Doch, du bist bloß eine Etage tiefer gewesen Bei mir wurde er mit einem Sniper geschossen, aber daneben Das klingt nach Thanatos Ja, du weißt Das könnte nicht sein Nein! Aber ich hab mich grad verpackt ein bisschen in der Map Das ist nicht unser Problem Wo bist du denn da? Helfe ich dir raus Ja sicher Ich auch Oh shit Das muss von oben gekommen sein Also entweder Windmühle Oder Tore Also ich kann euch sagen, ich bin beim Tore Ich hab mich in der Tür verpackt Ja, ja Und hab grad eine Zeitgebracht rausgekommen Und ich hab ne Mac Ne fette Mac Geil Griffin? Ja Ich hätte Mac Griffin Und der hier beim, ähm, beim, na Äh, hier liegt ein Toter Wo? Mühle Kutzi Ist vielleicht drunter geflogen Äh, was steht da? Guck mir die an Warte Ich, ich analysiere jetzt Hier läuft jemand rum bei mir Ja, ich? Also ich schicke mir die gleiche Garantie nicht an Call to death Na klar Aber erstmal nein sagen Ich sag's gern Ja Fallen Macht ja keinen Sinn Du vermutest, weil du hast bestimmt gesehen, oder? Nee Abgefuckte Tür, ey Weil, wisst ihr Er, er macht die Tür auf, ich mach's zu Er macht's auf, ich mach's zu Und er schieß dagegen Er macht's wieder auf Und kriegt die Schrotladung ins Gesicht Und wundert sich Er hat doch nicht geschossen Ich Mit der Furzgranate Aber eigentlich hab ich nicht drauf Ich hab nicht mal auf den Kopf, sondern auf den Körper gezielt Nee Du bist bei mir unten im Glas eingeschossen Ja, also die Furzgranate Ich hab's immer Ich hab's immer gefunden Geil Hm? Ja, oben im Dach ist Klaas Nee Funktionieren die Kanonen auch Nee Ja, chinesisches Klaas Was? Ähm Nö Ne Waffen Mehr Waffen Bist du? Ich bin bei Black Alter Alter Starb jemand Wo? Ich hab nur jemanden schießen und dann jemanden schreien hören Wo bist denn du? Damit wir ungefähr wissen Du warst grad bei mir, ne? Ey Ich hab keine Ahnung Aber du standst grad vor mir, oder? Wir sind sogar gegen das Bin in der Ja, in dieser Festung Jetzt kann ich's sagen, jetzt hab ich ne Waffe Hier ist Blut und da liegt die Leiche Wer? Gutsi! Wie? Shotgun Wah? Rennst bei mir? Ja Ohne Waffe, ohne alles? Ja, ich find keine mal wieder Ja Aber bin ich still grad entgegen gekommen? Haben wir uns gesehen in den Raum? Hier nebenan? Nö Ich hab grad eben verstanden, bin ich dicker gewogen Hier drüben, guck mal in den zwei Häusern Wer kam denn mir da grad entgegen? Ich konnte nicht lesen, was der Name ist Hier ist immer noch einer in der Festung und sammelt Zeug ein, ich hör's doch Dann ist es Black, weil Renn war grad bei mir Gott Ich töte bei sich Gut, mach das Das gibt's doch nicht Wow, ich hab mal ne Granate gefunden immerhin, was? Wah? Ne Äh, Black, lebst du noch? Jupp Skander? Ja Habt ihr euch schon umgebracht? Sicht? Äh, ne noch ne Was? Was? Lebst du noch? Habt ihr euch schon umgebracht? Das ist wieder mal ne Logik Lebst noch? Ja Skander? Ja Habt ihr euch schon umgebracht? Was ist denn das für ein Wix? Ich dachte in Wasser fällt man langsam und kriegt keinen Schaden Ne Nicht immer Ich bin bei Thanatos, ich bin bei Black Mann Lass mich alle in Ruhe Lass mich alle in Ruhe Lass mich alle in Ruhe Häh? 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 Wann los? Guck mal weg Hey, sorry Häh? Dann warte so und hätte ich nicht gesagt Machst du ihm und tue euch halt Wie immer tue das hätte ich nicht gesagt girls Dann war es? Pattern waren wir An der gleichen Stelle wo ich erst gestockt bin Alt dopp Lab see Krieg ich euch an dich? Nein Ew wie immer ndrunter ist Wasser..? der fliegenden insel gerade getestet dazu stoppst du war ja ich hab gleich im raum da soll ja alle zu verteilt zur zu verwinkelten karte die kisten gehen auf in der kiste liegt der titel hier liegt eine schallplatte aber dass das war richtig frech von hier oh ich habe eine waffe i black boom ins gesicht geschossen ja hier liegen cookies service spiel normal war ja gut sie würde ich auch so machen warum absolut legitim siehst du dann gibt mir sogar recht auch er hat einen schaden bekommen ich stehe neben dir ja heute freue ich das wissen wer genau wer sind so dämlich und springt von da oben runter ich dachte ich kriege ihn schon du bist nicht gott ab und ab und ab und ab und ab und das ist kätzerrei dafür musst du jetzt sterben für seine flöhe ist er bestimmt gott weil die leben ja auf ihm der auch immer gerade über mir steht ist das eine brand also ron lebt braun ja ja da hat mir gerade eine brand an den kopf geschmissen töte das grund ganz einfach ich habe noch 64 live nehmen diesen beenden mein fleck wird die aus rennen genau die zu nein scheiß jetzt da ist jemand gestorben der ist gerade da abgebrannt das wird ein rennen gewesen sein da auch noch jemand ja das bin ich oder du ich habe ich habe die brand runter geschmissen da bin ich selber hinterher gefallen ne ich brenne mich ne du stehst bei mir hier oben noch echt ja ich guckt ja also da oben ich war ein zweiter oben ich guck mal wer das war ja hier sind gestorben hat jemand jemanden erschossen aber in dem anderen aber in dem anderen ich bin jetzt hier ich bin jetzt hier hat mich gerade gepostet er hat mich gerade gepostet er ist jetzt oben offen nein bin ich nicht bin ich nicht er war er war oben auf dem turm auf jeden fall da war nämlich ich da konnte ich ach scheiße sorry ren ren warum hast du brandgranaten geworfen ren ren weil ich dachte du gehst zur seite du kennst mich dieser verdacht war offensichtlich falsch und dann hätte ich nämlich einen schönen grund gehabt dich abzuknall aber das hat ja dann immer das für mich ich habe gesagt bringen wenn du lebst ich hätte dann nicht zum haus gesagt ich hätte das einfach genommen aber warum erschießt du mich jedes mal mit einer shot weil ich einen shotgun hab ja ne aber immer mich mich als ersten das ist das wichtigste ren ist diesmal zuerst gestorben ja du bist der neue paul bei uns nein paul stirbt auch immer als erster ne sonst hast du keine chance ne wenn du gewinnen willst schon ja aber das macht ja keiner so wir lassen ja immer leben blöd bestimmt wir wollten nicht gewinnen als traitor also ich bring den immer zuerst um nein du bringst du mich zuerst um ich bin mein thanatos ren und thanatos ren und thanatos ren und thanatos so wie folgt mich schon wieder und zieh ab ja gut sie ist hinter euch und ja der folgt mir immer noch wenn er später ist er hat auf mich er hat auf mich geschossen 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 ja ich bin ein sniper ich bin ein sniper hä was die drei waren zusammen ich war es nicht hm ne ich stehe hier grad in der fest und ihr habt überhaupt keine ahnung wo ihr seid oder an mir vorbeigeschossen ja aber die anderen drei sind alle wir sind alle zu viert hier das kann es wirklich schon du gewesen sein die anderen drei sind alle zu viert hier ja 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 also ja sorry ja 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 also die gesamte validität deiner aussage hast du grad mit deinen eigenen aussagen wieder zu lichte gemacht als ich mache jetzt kill uns halt echt jeden tüten kann das wenn ich keine entweder warst du es kann so unterspringen ich hab mir Angst vor Orbitern oder so was ich häng doch so ein Tier was hast du da gerade aktiviert war irgendwas für die Düt vom Sound her kam das von deiner Richtung ja hier knall mich ab doch mach es gar nicht nicht auf mich selber ich wollte es übers geländer werfen aber da ja du hast gesagt tötet mich ja dann mach halt oder an mir vorbeigeschossen es kam besonders vorbei die haben schon auch gesehen diesen Faden der dann vorbeischoss der kam aus der Richtung fest und es kam nicht von dir also du warst unmöglich denniger Headshot und genau schießt auf mich so? ja und du Sau machst auch noch nen Headshot ich hatte auch genug Anläufe erst hab ich probiert unter Zeppelin durch nee dann hab ich weggerannt alter ja das ist die scheiße wenn alle immer aufeinander hocken das war aber auch mehr ich war nicht bei denen ich war nicht bei denen aber ich hab halt gewusst ich hab nicht geschossen ne du warst aber in der Nähe ich war in der Nähe ja na siehste das Problem ist ich hab euch ne halbe Minute lang zugeguckt ich hab die ganze Zeit aufeinander gehockt was willst du da machen? oh bitte ey ne dafür wart er nicht nahe genug aneinander ja vielleicht rennt's rein weißt er also wer so blöd ist hat in diesem Spiel nix verloren hey okay ich hab noch das was ich verabschiede mich in den letzten Klick bist du nicht in den letzten Runden in den letzten Runden rein? ne das war ich auch einmal aber ich auch ne letzte Runde in Camel alter alter das ist glaube ich Standard des Rheine weil ich hab gesetzt hab gewartet und dann kann das Trader wohnen so schöne Waffen ja schon grad halt immer was andere als ne Huge für mich ey schon wieder du von dem Turm da oben hä? ne ich hab mich grad verdrückt sorry hab ich nicht getroffen ne aber fast du hast ja nicht gewollt alter ich hab n weil ich zweimal von der Leiter gefallen bin soll ich euch mal was cooles zeigen? nein Tanathos guck mal nach rechts ja wo bist du unten rechts? ne vergesst bin ich da oben nach links gucken da oben ja was wuhu okay ist der grad vom Turm gesprungen? ja der ist grad vom Turm gesprungen warum? um Verwerbung zu stiften Second Chance? haben wir nicht mehr natürlich das was Ass haben wir nicht mehr jetzt sind alle hier ich verpiss mich wo ist er hier? hier ist Blut auf jeden Fall ich suche grad wo seine gleiche die aber stelle ich irgendwo ah ich hab's ja identifizieren hm 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 ja wir sind alle sind es ist vorbei wegkriegen mit dem schiff die handelung geht heim du bist tot was mein bleck tschau bleck wo geht's denn hier dann? ich hab bleck im im quagenkreuz wie keine ahnung ich wurde angeschossen ne ich wurde angeschossen von kutzi der ist ober auf dem Turm also ober auf dem Turm ist ist äh kutzi und den könnt auch schießen ich glaub mich rotzt es gleich weg tschau tschüss gut getroffen gut getroffen kutzi danke shit ich hab' ich hab' ich hab' ne bei mich auch benn lebst du noch? jaja danke danke du nimmst mir meine angst oh du wirst nicht runterfallen jetzt so gelacht wenn du ab ist aber doch der Windmühle aber ich muss sagen die Windmühle ist ganz schön beschissen mit diesem Holzstäbchen da ja sind wir noch oben auf dem Turm haben wir jetzt zweimal getroffen Mist dann fucking hell jetzt treu ich ja Sachen los auf dem Date mit dem du und mich komm du boah ich stand doch ich stand doch gar nicht in den Flammen schönes Ding kutzi es ist aber geil dass die Animation da ja komplett für den Arsch ist ne ich war davon ausgegangen dass ich dort getroffen werde wenn ich in den Flammen stehe die kleine Taube fliegt fliegt warum hast du dich selbst nur gemacht kannst du mir verraten ich hatte nur noch 20 HP und ich hatte keinen Vertrauen darin dass ich's bis runter schaffe ich hab' die Taube jetzt immer noch im Bildschirm die nimmt nen halben Bildschirm weg mach' ne Rektaluntersuchung äh hui einfach du wer killed by world danke world jetzt hab' ich keine Taube mehr nein böse Windmühle wie schreibst du denn jetzt Briefe hm zum schreiben brauchst du keine Taube ja aber wie kommt ihr ins Ziel weg 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 oh toll ich sehe wieder keine Waffen oh ja du musst doch auch die Waffen schon wieder zur zweiten Wundfolge ich hab' keine was hab' ich in der Hand ne Koba gut bei mir ist es nämlich nischt ich muss mir grad mal kratzen sorry gibts irgendwas ich bin bei Scandar am Turm ja und ich bin bei Kutzi der mich hier grade umbringen konnte hätte können ich bin auf'm Turm mit Scandar hoi hoi wenn ich sterbe wenn ich sterbe hat mich von hinten los gerne erschossen oder von vorne der Kutzi oder da renn ich hab' keine Waffe bleib mal stehen bang voll in die Fresse doppelto hallo doppelte Smile for Action renn sehe ich Kutzi sehe ich ja Kutzi sehe ich auch beim Rest sehe ich nichts oh hi Black Black fehlt mir noch ein bisschen bei mir okay woher wollt ihr wissen wo ich bin ich glaub' mir Scandar beim Turm weil wir hier die höchste Doppel-Turm-Action haben und dieser Buch durch den Friendship und Wettetot ja aber wir können ja die ganze Zeit gucken wer was die Leute so machen ich kann jetzt zum Beispiel sagen dass Ren gerade mit der Crowbar aufm Schiff rumrennt und daneben der Kutzi mit der äh äh Pumpgun Shotgun ja ich hab endlich meine Shotgun gefunden mit Anschluss also kann ich jetzt wenn ich den Sound vom Friendship-Beam höre kann ich noch schreien der Black Wars nicht unbedingt warum er guckt uns jetzt kann ich mal noch ein bisschen höre jetzt so wir können doch komm doch hier mal mit hoch geh ich mal runter ich hab mich da aber abspiere ey kannst du mal kurz springen 3 2 1 ich springe ich springe wieder ich steh ich steh irgendwie ja ernsthaft was also ohne dass ich's war möchte ich mal ganz kurz sagen ich vermisse Scandors der und der war's der wird mich nächste Runde sowas verlazen aber ich mach's nicht weil ich bin grad auf der Suche nach einer Sniper ich werde das sehr subtil der spricht die Hunde der ist da und da gut sie lacht da ist es was ich leb noch ja renn ja gut wir leben alle noch wir drei ach du bist das sorry alter guck mir ich sag nichts mehr gut ich hatte dich nicht im Fadenkreuz ich dachte du bist Kutzi sorry wollen wir zu Kutzi umbringen weil ich dir mehr wie Kutzi traue ja das heißt auch das jetzt mit der Shotgun shot in der Brust ja ja dein ernst Kutzi fuck wo warst du vor von der Festung das kleine Stückchen von der Festung hat mich getötet ja hast du eine Melone nach mir geschossen ja das war doch nicht so klein das Stückchen aber hast du den Sound gehört Frank irgendwie von dem Prince of Beak äh ja hab ich ne ich nicht ich hab's singen gehört da hab ich scheiße geschrien und dann war ich tot ne ich hab nur die Farben noch gesehen wie sie leicht aufleuchtet und dann war ich bin ich preparing ah ich wollte das ein bisschen subtiler machen aber ihr standet einfach die ganze Zeit da oben und als ihr grad weggehen wolltet nö wir wollten ja nicht weggehen wir haben uns nur ausgewechselt wir haben den Spitzensitzer und den Bodensitzer getauscht also ein Downgrade in dem Fall ne und dann haben wir versucht äh wollte ich aufstehen weil ich in der Hocke irgendwie eingeklemmt war ja da hab ich mich nicht mehr konstruiert da wollte ich einfach nicht runterfallen da hab ich nicht so auf die anderen geachtet ich müsste nach der Runde nochmal neu connecten ich seh wieder meine Waffen nicht Ui Kunal warum nicht in der Runde? darum weil wir dann nicht viele Chancen hätten mal zu leben wo ist denn der Putsi? Testung wer ist das da vor mir? hi wer auch immer da grad war hi ich komm ja nicht aus der Etage ich bin bei Skander ohne Waffen mit Doppel E ne ich ich hab ja die alter was geh aus dem Weg ja geht nicht da unten gehts nicht weiter Kutsi lebst du noch? ja du bist grad über die Trüung gesprungen? blöd ich renne dir entgegen ich komm doch nicht warum nicht? weil Trader bist ja ne scheiße ich bin tot ab jetzt muss ich dir vertrauen wieso musst du mir vertrauen? ja gut lauf mal hier auch rückwärts oh nein geht mir genauso weißt du bleib einfach nicht runterfließen ey kannst du beobachtet er uns? ja muss ich doch regnafter Spanner Entschuldigung Skander ist ja gestorben die Frage ist wie und hat er noch mitgenommen ist die Frage nein nein die Frage ist ob Ren ihn nicht umgebracht hat nein ne ja glaub ich nicht gesagt ich bin tot irgendwas anderes hätte vielleicht ist er von der Karte gefallen er wird von der Map wieder gefallen sein geh ich von aus ja Disco meine war es nicht ja das war meine aber da war er vorher schon tot das weißt du woher? weil du auf Tab geguckt hast? alter nein weil er vorher gesagt hat scheiße und danach erst sieht es doch auch nie mach jetzt mal zwei Schritte nach vorn so jetzt nach links genau nö helfer das ist ja was wer ist das denn? ok es war auch ein Unfall wie blöd wäre ich denn den da zu schießen? also schon tot also also ich schieße es immer nicht auf dich ja das ist ja nichts Neues ist noch nichts aber mach's also wenn du ihn siehst gib mir mal Bescheid du musst ihn hier umbringen leck aber ich mach's wenn du kurz wie liegt wenn du ihn sehen willst bei der Festung der steht nach außen an der Ecke tot fest Festung Steg außen Ecke tot die Fahre ist ob Rennen auf dem Turm oben ist kann ich mir vorstellen noch minimalistischer geht's nicht Steg außen Ecke tot ich confirm einfach Headshot pass mal auf ich denk mal der wird oben auf dem äh der könnte oben auf dem Turm sein das wird dir nicht viel helfen weil ich hab Shutter ich hab Meck was soll ich sagen cool Finn? mhm ja ne Turm oben ist noch nicht ist noch nicht nope ey ach da muss ich hin ein Rifle oh Rifle? mhm weil ich's mir grad geklaut hab ich hab gleich einen Schänden betrieben weee von wem? von wem? von wem? nein Guzzi 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 hatte ne Rifle die hab ich mir jetzt genommen für meine Shotgun ja dann guck mal stell dich irgendwo hin wo du gut siehst und auch nicht so wo bist denn du? ich seh dich black servus wo bist du? ich hab's da oben oben auf dem Turm das war jetzt aber unglücklich rennen weil deine Waffe ist durch nochmal hochgepackt kannst du über das reden ne? du hast noch 30 Minuten ja ich hab eh keine Chance insofern ist egal eine Minute 30 weil wenn Hastemod an ist ne? er hat mich aber nicht getötet ernsthaft? von wo schießt du? von wo? der steht unten ab der steht unten am Turm alter dann bis zum nächsten mal ciao 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 ciao